Und einmal den Jogging machen. Das heißt einmal dehnen. Einmal dehnen. Schön guck mal. Und einmal das. Das? Was soll das sein, Schwester? Weiß ich nicht, aber ich mach's einfach mal. Du darfst diese Dinge finden, die es gar nicht geht. Leute, wir gehen einmal kurz zu mir. Ich zeig euch mal ein paar Tipps. Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr, Entschuldigung, nach dem Handy hinaus macht, gebe ich euch jetzt ein paar Tipps. Einmal das hier. Und jetzt einmal das hier. Und dann noch einmal auf der anderen Seite. Das ist genauso. So. So. Und das waren die Tipps von mir. Die wollte ich es nämlich nicht vergessen. Und jetzt reden wir mal wieder zu meiner Schwester. Die jetzt praktische macht. Und das probiert. Und das, was wir schon mal gemacht haben mit den Beinen. Einmal ist der Blatt. Einmal ist der Blatt. Das ist der Blatt. Und einmal das Knickrohr haben wir so genannt. Einmal schön so. Dann einmal schön so. Dann einmal wieder schön so. Und... Jetzt macht meine Schwester die Beine zusammen und streckt sie bis vorne zu den Füßen, wenn ihr es könnt. Und wenn ihr es nicht schafft, ist es auch nicht so schlimm. Üben macht den Meister. Ja. Das tut nämlich den Meister gut. Aber das tut weh. Aber darin sind wir ja ganz schön. Und jetzt ist leider fast diese... Und einmal das. Das habe ich gestern erst gefunden. Einmal das, einmal das. Einmal so halten. Ja. Und dann eine Sache gibt es noch. Ähm... Die sag ich eben meiner Schwester. Und 10 Sekunden bleiben. Schluss. Schluss. Und das war die Sendung für heute. Tschüss meine lieben Fans und von meiner Schwester.